Slim Amamou ist ein tunesischer Internetunternehmer, Blogger und Politiker der Piratenpartei Tunesien. Er war Mitglied der von Premierminister Mohamed Ghanouchi gebildeten tunesischen Übergangsregierung, die die Geschäfte des Landes bis zu den ersten freien Wahlen führt. Nach dem Sturz des tunesischen Diktators Sin el-Abidine Ben Ali wurde eine Generalamnestie für politische Gefangene ausgesprochen. Unter den Freigelassenen befand sich auch der im Land bekannte und beliebte Vorkämpfer für die Meinungsfreiheit Slim Amamou. Amamou wurde nach seiner Freilassung am 17. Januar 2011 zum Staatssekretär für Jugend und Sport berufen. Tätigkeit als Staatssekretär Eine seiner ersten Tätigkeiten als Staatssekretär war eine Sitzung bei dem tunesischen Innenminister, in der es um die Klärung der Verantwortlichkeiten für die Internetzensur und um deren schrittweise Aufhebung ging. Slim Amamou trat von seinem Posten als Staatssekretär am 23. Mai 2011 zurück. Auszeichnung Für sein Engagement erhielt Slim Amamou am 19. September 2011 den Menschenrechtspreis 2011 der Friedrich-Ebert-Stiftung. Neben ihm erhielt Postum Khaled Zaid den Preis. Der ägyptische Blogger war am 6. Juni 2010 von Zivilpolizisten zu Tode geprügelt worden. Die Laudatio bei der Preisverleihung hielt der Vorsitzende des Vereins gegen Vergessen für Demokratie und Kandidat für das Bundespräsidentenamt. Dr. Joachim Gauck Zitat Angesprochen auf die Schnelligkeit der Revolution schrieb er The most rapid revolution in history Because we are reconnected Die schnellste Revolution in der Geschichte Weil wir verbunden sind Die Schnelligkeit der Zivilpolizeung wird er Join die Schnelligkeit der Zivilpolizee getritet